Mein Name ist Maximilian Seigerschmidt von der Mauser Jagdwaffen GmbH und ich darf Ihnen heute die neuen Messe-Neuheiten präsentieren. Wir haben als erstes die M12 Max. Das ist eine wunderschöne Büchse mit Lochschaft, der von uns wie Nussbaumholz behandelt wird, obwohl es ein sehr hochwertiges Schichtholz ist. Das heißt, wir haben die Mauser Fischhaut und auch das übliche Mauser Finish drauf, also kein Lack oder ähnliches. Die Waffe ist sehr ergonomisch und ermöglicht so ein Schießen mit entspannter Handhaltung. Darüber hinaus haben wir an dieser Waffe auch unsere neue Montage, die Mauser Hexalock-Montage. Das können Zielfernrohre einfach montiert, aber auch wieder abgenommen werden. Darüber hinaus haben wir noch viel mehr, was wir auf dieser Messe zeigen möchten. Leider kann ich nicht alles zeigen, aber ein Beispiel habe ich hier, und zwar auch an dieser Max-Büchse, die Handspannung. Ich führe Sie kurz vor, die Kammer ist im entspannten Zustand immer gesperrt. Zum Öffnen drücke ich diesen Knopf ein wenig nach rechts, dann ist die Kammer entsperrt und ich kann sie im entspannten Zustand öffnen, um sie zu laden und entladen. Wenn ich die Kammer wieder schließe, ist diese automatisch verriegelt und somit muss ich nur, wenn ich schießen möchte, diese Waffe spannen, was einfach und geräuscharm, fast geräuschlos funktioniert und das auch mit einem Tringer. Grundsätzlich ist die Handspannung an jeder Mauser Waffe oder an jeder Mauser M12 für einen Mehrpreis von 100 Euro erhältlich. Hier haben wir die Mauser M12 Trail, eine Neuheit der IWA. Die Waffe mit einer Gesamtlänge von lediglich 97 cm und einem Gesamtgewicht von Grad 3 Kilo ist für den ambitionierten Nachsucher bzw. den professionellen Durchgeschützten eine absolute Wohltat. Eine äußerst führige Waffe und bei einem Gesamtgewicht von 3 Kilo auch eine Waffe, die man eben auf langen Fußmärschen problemlos auf dem Rücken tragen kann. Zu einem hohen Tragekomfort tragen unter anderem bei, dass wir verstellbare Druckriemenbügel am Schaft haben. Das ganze System inklusive Lauf ist mit dem Atom beschichtet und somit absolut rostfrei. Wir haben eine große schwarze Kunsthoff-Kammergriffkugel, die ein schnelles Repetieren selbst mit Handschuhen ermöglicht. Auch das professionelle Design lässt schon erkennen, dass hier für den Profi gearbeitet wurde. Wir haben auch unter anderem die bewährte Dreidortvisierung der Marke Mauser. Alles in allem eine unschlagbare Kombination und das für nur 1845 Euro. Natürlich erwarten wir uns als Hersteller gute Geschäfte mit dem Handel, aber natürlich auch viele positive Pressekontakte, die wir auch heute schon zu spüren bekamen, weil unser Handspanner, unsere Mauser M12 mit den verschiedenen Features, die wir jetzt eben neu anbieten, ob es der 47 cm Lauf ist, ob es eben Modelle sind wie die M12 Trail, die M12 Impact oder die M12 Max, aber auch eben was speziell für den Handel konzipiert wurde, das Mauser 98 System weißfertig, dass sich der Büchsenmacher eben selbst bearbeiten und eine eigene Büchse auf dem Original Mauser System erstellen kann.